Hi Leute, was geht ab? Hier ist euer HelloFit im Buchhol. Ich bin Denise und wir machen heute ein neues Partnerübungsvideo. Und zwar machen wir, dass ein Partner hält die Plank und der andere macht ein Burpee drüber. Das heißt, er hüpft drüber, macht unten ein Burpee und hüpft dann wieder über den Partner drüber. Währenddessen der andere immer eine Plank durchhaltet. Und am Schluss wechselt ihr euch dann ab. 3, 2, let's go, let's go! Okay. Oh, ich bin über dein Schub. Oh, ich bin über dein Schub. Das geht eigentlich gerade kurz nicht. Oh, Mann. Hier kommt die Karte. Easy. Reicht oder? Den fixen wir jetzt schon. Hm? Okay. So, okay. So, okay. So, okay.